Was hast du denn? Wir sind keine Kunde. Na Gott, so kann. Also, ich bin kein Kunde. Nein, wir wollen um Urgeburt. Äh, 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 was wolltet ihr? Ich ahnte schon, dass ihr kommen wollt. Warum? Weil ich habe erfahren, dass ihr hier auf dem Weg zu mir seid. Also, komm ich hier raus und ich spreche wie zu sie mit diesen Piraten. Ich höre es nicht eben auf, verschwindet von mir. Ich kann es nicht trennen, zuerst, nicht in mir, dies, das Teil, und dieses Arme. Ja, ich weiß nicht. Ups, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist auch. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was ist nicht so gut? Oh, ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020